Der Regen hört offenbar gar nicht mehr auf. Hey, sag mal, warum bist du eigentlich hergekommen? Einfach nur so. Ach so. Und was ist mit dir? Ich meine, warum wolltest du unbedingt... Was? Naja, mit... ...einer wie mir befreundet sein. Guck mal! Ich male unglaublich gern. Und gestern bin ich hingekommen, weil man einen unglaublich tollen Blick auf den Berg hat. Und dann habe ich dich gesehen. Und du hast irgendwie traurig ausgesehen. Einsam. Ein Mittler kannst du dir sparen. Und vergiss das nicht. Ich finde die Melodie irgendwie schön. Und du bist die erste, die ich getroffen habe, der dir auch gefällt. Ist dir auch so kalt? Ja. Hey, spinnst du? Was ist? Komm, so können wir uns ein bisschen wärmen. Oder willst du dich etwa erkälten? Hm. Danke für die Mütze. Treffen wir uns morgen wieder zum Spielen? Klar, wenn du willst. Tja, also bis dann. D�� Tja, also bis zum Spielen. Vielen Dank.